Hallo zusammen, ich bin Fabia und das ist mein Arbeitsplatz vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Ich arbeite erst seit kurzem hier. Es ist eine sehr spannende Arbeit, sie haben hier mit Gehörlosen zu tun und lernen Tibetischsprache. In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne schwimmen, joggen und tanzen. Ich mache einen Salzenkurs. Ich bin aus Zürich, in der Schweiz. Es geht um verschiedene Dialekte. Ich erzähle noch ein paar einzelne Begriffe, die in meinem Wortschatz speziell sind oder die auch von der Familie entstanden sind. Das eine ist das Butschki. Das ist von einem Apfel der Kern. Und ich dachte, das ist einfach ein spezielles Wort, weil andere Kantone sagen dann wieder anders. Das andere wäre der Aheule. Und das ist vom Brot ganz am Ende. Das, was noch übrig bleibt. Oder wenn wir als Kind Süssigkeiten kaufen, dann haben wir dem Crèmele gesagt. Danke vielmals fürs Zuschauen und tschüss zusammen.